Heute gibt es hier von mir mal wieder ein weiteres Unboxing-Video und zwar hattet ihr mich ja schon seit längerem immer mal wieder gefragt, ob wir uns sich auch mal die Trezor-Geräte anschauen können. Und deswegen werden wir heute gemeinsam den Trezor Safe 3 auspacken und danach natürlich auch noch herausfinden, was der so drauf hat, also welche Features er hat, wie viel er kostet und so weiter. Und ehrlich gesagt bin ich ja auch selbst schon wirklich gespannt, immerhin ist das hier auch das erste Trezor-Gerät überhaupt auf meinen Kanälen. Bevor wir aber dazu kommen, erstmal noch der kurze aber wichtige Hinweis, dieses Gerät hier wurde mir nämlich kostenlos von Trezor für diese Videos zur Verfügung gestellt, ansonsten gibt es hier aber keine weiteren Bedingungen und euch erwartet somit nichts als meine ehrliche Meinung hierzu. Und bevor ich das vergesse, natürlich werden in Zukunft auch noch ein ausführliches Review sowie auch Einrichtungstutorials und so weiter folgen. Also wenn du die nicht verpassen möchtest, lass jetzt unbedingt schon mal ein Like und ein Abo da. Damit aber auch genug der Einleitung und ich würde sagen, wir legen hier auch direkt mal los. Und das allererste, was mir wirklich direkt aufgefallen ist, ist wie leicht eigentlich diese komplette Verpackung ist. Ich meine, vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch hier an den One Key Classic und der ist ja wirklich schon unfassbar dünn und wiegt auch quasi gar nichts. Und hier ist nun wirklich die gesamte Verpackung gerade mal dreimal so schwer wie dieses winzige, komplett aus Kunststoff bestehende Gerät hier. Ich bin also wirklich sehr, sehr gespannt, erwarte hier ehrlich gesagt ein ähnlich großes Gerät wie den One Key Classic und würde sagen, wir fangen hier einfach mal an, indem wir das Ganze hier öffnen. Und zwar haben wir nämlich so eine Schutzfolie um die ganze Verpackung einmal rum und dann gibt es hier natürlich noch diese wundervolle Öffnungslasche, die wir gleich wieder ganz genussvoll hier aufziehen können. Erstmal müssen wir aber, wie gesagt, diese Plastikfolie entfernen. Ich mache das jetzt hier einfach mal und dann kommen wir jetzt auch schon zum besten Teil. Dann schauen wir doch mal, was sich hier drin befindet. Und als erstes kommt mir hier so eine Pappe entgegen, also der Teil hier, nochmal mit dem Treasure-Logo eingestanzt. Und ehrlich gesagt fühlt sich das so ein bisschen an wie so ein Eierkarton. Also diese Kartons, in denen man halt Eier kauft und wenn wir das hier aufmachen, ja, dann kommt uns auch schon direkt das Gerät und noch so eine kleine Get-Started-Verpackung entgegen. Und natürlich, man kennt die guten alten Unboxing-YouTuber, fangen wir auch mit dem zusätzlichen Kram an. Wir haben hier einmal das kleine Ding hier, so rum wäre vielleicht besser. Und da drin befindet sich wahrscheinlich nur die Anleitung. Haben wir auch noch Sticker mit dabei? Ist ja mittlerweile auch schon ein Klassiker geworden. Ja, und zwar mehrere sogar. Wir haben hier einmal so einen weißen Sticker, da haben wir hier noch so einen runden, schwarzen Sticker. Und dann hier sogar auch noch so einen bunten, völlig neutralen Sticker. Da ist nicht mal das Treasure-Logo mit drin oder haben die das irgendwo versteckt? Ja, ja, klein an der Seite. Aber ansonsten ist das hier sogar ein Love-Bitcoin-Sticker. Finde ich aber nicht schlecht. Ansonsten hier aber einfach nur noch etwas zum Aufschreiben von der Seed-Phrase. Nochmal was dafür und halt eine kleine Anleitung, wie man das Ganze hier einrichten kann. Wie gesagt, wird dazu aber auch noch ein komplettes Video-Tutorial von mir auf meinem Tutorial-Kanal folgen. Falls du den übrigens noch nicht kennen solltest, findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Darüber hinaus haben wir dann hier nur noch dieses kleine USB-C zu USB-C Ladekabel, was auch wirklich sehr, sehr, sehr kurz wirkt. Also wir haben auch keinen Stecker natürlich mit dabei, ist ja aber schon Klassiker geworden, haben ja selbst bei Smartphones quasi nie mehr mit dabei. Aber wenn wir das hier einfach mal komplett ausbreiten, ist das hier auch schon alles. Das ist gerade mal so lang wie mein Unterarm, ein klein bisschen hier länger, also vielleicht 40 cm, sollte aber reichen. Ich hoffe außerdem, dass wir das Gerät vielleicht auch nicht nur mit diesem Kabel laden können. Denn von anderen Wallets kennen wir ja schon das Problem, dass sie eben teilweise wirklich nur mit dem mitgelieferten Kabel geladen werden können. Und wenn es dann halt kaputt geht oder verschwindet, kann ja gerne mal passieren, unter all den Kabeln, die man sonst so rumfliegen hat, ja, dann kriegt man das Gerät einfach nicht mehr geladen. Das Problem hatte ich vor kurzem tatsächlich auch selbst schon mal, aber dazu wird eh nochmal eine komplette Podcast-Folge folgen. Da möchte ich jetzt hier nicht weiter drauf eingehen. Und dann bleibt hier auch wirklich nur noch das Gerät übrig, was auch wie erwartet wirklich sehr, sehr klein ist. Also von der Größe her sogar noch kleiner, hier als der One Key Classic, dafür aber etwas dicker. Ich würde sogar schon sagen, deutlich dicker, wenngleich wir immer noch von einem sehr, sehr dünnen Gerät sprechen. Aber das ist dann tatsächlich schon alles. Ich würde sagen, damit auch das kleinste Wallet, was ich bisher hier in meinen Fingern hatte. Und hier war ja doch schon das eine oder andere mit dabei. Und auch hier haben wir dann nochmal so eine kleine Schutzfolie. Die ziehen wir einfach ab. Ich weiß nicht mal genau, was sie hier gerade schützt. Okay, hier oben. Hier oben haben wir noch das Display. Aber hier auf der Rückseite ist ansonsten gar nicht mal mehr so viel zu sehen. Hier noch so ein kleines Ton-in-Ton-Logo. Dann diese Carbon-Optik, könnte man schon fast sagen. Und dann haben wir hier halt zwei Buttons. Oben ein Display. Sehen wir natürlich erst, wenn wir das Gerät anschalten. Dann oben auch noch ein halbwegs Ton-in-Ton-Logo. Und hier unten der USB-C-Ladeport. Da haben wir ihn. Und das war denn hier tatsächlich auch schon alles. Und ich habe mir das kleine Gerät jetzt auch nochmal ein bisschen genauer angeschaut. Und muss sagen, es ist sogar im Vergleich mit den anderen Wallets eher schlecht verarbeitet. Wir sprechen hier immer noch von einem soliden Niveau. Keine Sorge, das ist jetzt hier nicht der letzte China-Schrott. Versteht mich da auf gar keinen Fall falsch. Aber man spürt hier schon, wenn man hier so über die Kanten streicht, leichte Unebenheiten, leichte Kunststoffrückstände. Keine Ahnung, wie ich das genau ausdrücken soll. Hier an der Kante, da sieht man das sogar ein bisschen genau. Aber alles immer noch im grünen Bereich. Keine Sorge. Ich wollte nur sagen, das Gerät hier ist eindeutig nochmal besser verarbeitet. Da merkt man wirklich gar nichts. Und sieht kaum überhaupt die Stellen, wo hier eine Seite in die andere übergeht. Dafür saugt das Gerät hier aber auch wirklich magisch Fingerabdrücke an. Und somit bin ich jetzt nur umso gespannter, was das Gerät hier eigentlich technisch zu bieten hat. Und vor allem, wie viel es kostet. Ich habe da zwar gerade schon einen Preis im Kopf, aber ich würde sagen, wir schauen uns das trotzdem nochmal ganz genau an. Und dafür bin ich hier nun natürlich mal zu deren Website gewechselt, wo einem eine Sache auch sehr, sehr schnell klar wird. Und zwar, dass es sich hierbei ganz eindeutig um ein eher simpleres Hardware-Wallet handelt. Das soll jetzt noch nicht mal was Negatives heißen. Das kann natürlich ebenfalls heißen, dass es hier sehr gut für Anfänger geeignet ist. Eine Sache steht hier aber fest, es gibt wenig Schnickschnack. Keine drahtlosen Verbindungsmöglichkeiten, Bluetooth, WiFi, irgendwie sowas. Es gibt auch keine Kamera, kein Touch-Display und so weiter. Sondern hier wirklich ein sehr, sehr normales, fast schon altmodisches Hardware-Wallet, was sich hier wahrscheinlich am besten mit dem Ledger Nano S Plus vergleichen lässt. Also dem günstigsten Hardware-Wallet hier von Ledger. Und zwar verbindet man das nämlich ebenfalls hier direkt mit seinem Computer, seinem Smartphone oder auch seinem Tablet. Wie gesagt, keine drahtlos Möglichkeiten, sondern hier immer per Kabelverbindung. Das Einzige, was man hier unbedingt noch beachten sollte, mit iOS geht es wohl anscheinend nicht. Da kann man sich denn nur seinen Kontostand, seine gehaltenen Coins und so weiter anzeigen lassen. Und wenn man dann wirklich Transaktionen tätigen möchte, benötigt man eben ein macOS, ein Windows, ein Android oder ein Linux-Gerät. Wie gesagt, muss das hier aber alles noch nichts Schlechtes heißen. Das heißt natürlich nur, dass es vielleicht nicht mit den teuersten Hardware-Wallets überhaupt mithalten kann, wenn es um den Funktionsumfang geht. Aber das, was es versucht zu sein, macht es hier meiner Meinung nach eigentlich ganz gut. Wir haben hier einen Chip mit dabei, der EAL 6 Plus zertifiziert ist. Das ist schon mal eine sehr gute Sache. Außerdem ist das Ganze hier komplett Open Source. Also man weiß, wie die Software funktioniert. Es gibt da Einsicht und so weiter. Und das Gerät ist eben dadurch auch sehr klein und entspannt mitzunehmen, was ja durchaus auch keine schlechte Sache ist, gerade wenn wir das mal zum Beispiel mit einem L-Apple Titan 2 vergleichen. Ja, der ist sehr stabil, aber der ist eben auch so groß wie ein komplettes Smartphone und wiegt sicherlich auch das 10- bis 20-fache von diesem Trezor Safe 3. Ansonsten gibt es hier nun aber auch nicht so viel mehr zu erzählen. Die wichtigsten Punkte sind also wahrscheinlich klein, leicht, Verbindung per Kabel, nicht unbedingt für reine iOS-Nutzer geeignet und halt komplett Open Source und hier mit EAL 6 Plus zertifiziert. Wenn es hier dann noch um die unterstützten Coins geht, ihr seht es hier 9000 oder über 9000 Coins und Token werden hier unterstützt. Ihr wisst aber auch, das werde ich jetzt nicht weiter kommentieren, denn am Ende klingen diese Zahlen natürlich immer toll, aber es kommt halt vor allem darauf an, ob die Coins unterstützt werden, die du auch wirklich kaufen und halten möchtest und nicht wie viele hier überhaupt unterstützt werden. Geht aber natürlich genauso auch für alle anderen Wallets. Und somit bleibt hier nun also die spannendste Frage übrig, wie viel kostet das Ganze? Und zwar sind es hier 79 Euro. Dazu kommt dann nochmal ungefähr 8 Euro Versand für die günstigste Versandmethode. Insgesamt also 87 Euro, was hier meiner Meinung nach so ungefähr Durchschnitt ist. Es gibt auf jeden Fall günstigere Wallets, es gibt aber auch sehr viele, die hier eben im selben Preisbereich sind. Zum Beispiel halt der Ledger Nano S Plus. Ich glaube, der kostet sogar ebenfalls 79 Euro. Und selbst wenn wir uns jetzt hier nochmal den vorhin ja schon gezeigten One Key Classic anschauen, dann liegt er hier tatsächlich in genau derselben Preisklasse, welche ich jetzt hier einfach mal als Hardware Wallet Einsteigerklasse bezeichnen würde. Und somit kommen wir jetzt hier auch einfach mal zu meinem Fazit nach diesem ersten Eindruck. Und was soll ich sagen? Ich werde dem Ganzen hier definitiv eine Chance geben, denn ja, es ist hier zweifelsohne ein eher simpleres Wallet, scheint aber auch das, was es sein möchte, relativ gut hinzukriegen, weswegen sich auch meiner Meinung nach vor Konkurrenten wie dem Ledger Nano oder eben auch dem One Key Classic definitiv nicht verstecken muss. Ansonsten könnt ihr mir natürlich auch sehr gerne nochmal eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und vergesst natürlich auch nicht, ein Like und ein Abo da zu lassen, wenn ihr solche Videos hier nicht mehr verpassen wollt. Ich bin damit nun aber auch erstmal raus für heute. Und wir sehen uns dann wie immer wieder beim nächsten Video.